Rund 20 Prozent aller Paare haben sich online kennengelernt. Ich will ne Frau. Die da. Die. Oder die da. Ihr seid aber viele. Zu viel Auswahl erschwert die Entscheidung. Die. 80 Prozent Übereinstimmung. Ja, hallo? Also bis irgendwann mal wieder, ha? Flirten im Internet ist unsinnlich. Wie bist du? Wie riechst du? Wie hörst du dich an? Wie viele gibt's von euch? Seid ihr überhaupt echt? Rund sieben Millionen Nutzer sind ständig auf deutschen Online-Singlebörsen aktiv. Und warum antworten mir nur die hässlichen? Wenn überhaupt mal eine antwortet. Weitere drei Millionen sind Erotik-Dater. Okay, hier gibt's auch schöne. Pornografie macht 30 Prozent des Internetverkehrs aus. Ui, da schreibt mir ja doch eine. Die ist super. Oh Gott, ein Ringelshirt. Ne Brillenträgerin. Ich will ne Frau. Oh Gott, ein Ringelshirt. 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 Vielen Dank.